Jo, was geht? Und herzlich willkommen zum dritten Tag. Wir liegen schon am Strand. Wir waren eben frühstücken. Ich habe das Video kurz bearbeitet. Und jetzt chillen wir am Strand. Und wir machen heute die American Candy. Gar nicht wahr. Die Italian Candy Challenge. Wollen wir hier nochmal? In Amerika. Gleich gehen wir ein bisschen ins Wasser, dann zeige ich euch vielleicht mal kurz das Meer. Mö. Und jetzt chillen wir erstmal. Ich sehe überhaupt nicht, ob ich überhaupt irgendwas filme, aber das ist schon die ganze Zeit so. Von daher, Juni. Äh, es ist so warm, ne? Ey, unglaublich. Ich sterbe. Ich muss gleich erstmal ins Wasser. Okay, tschüss. So, wir sind jetzt hier einmal in einem Supermarkt und kaufen Sachen für die Candy Challenge. Jetzt gucken wir mal, was wir hier so finden. Äh, hier guckt mal. So, wir gehen jetzt hier mal ins Wasser. Ich zeige euch das jetzt mal. Also, so sieht es aus. Da ist dann hier halt so ein kleiner Felsstreifen. Und hier ist es halt voll ruhig, so keine Strömung, keine Wellen. Und dahinter kann man dann auch noch rausschwimmen, wenn man will. Und da ist so Il Fungo, also Pilz. Da, ach, ich weiß gar nicht, da halt das Ding. Ähm, halt einfach so ein Stein-Dingsbums. Ja, ich muss mal gucken, was geht denn hier so. Ich sehe nichts. Und einer hängt immer außen am Reifen. Oh, der liegt drauf. Oh, der liegt drüber, ja. So, kleine Abkühlung. Ja. Zwischendurch. Zweimal Eis. Ja. Einen Kaffee Fredo. Oder wie auch immer. Fredo. Fredo. Fredo, aber der, ach so, zwei D, okay. Und Ananas von Yoga. Ich habe gerade von so einem Strandmann so ein Fußkettchen geschenkt bekommen. Voll geil. Wir suchen gerade ein Restaurant. Und was uns immer wieder über den Weg läuft, sind Spaghetti mit Kotze. Oder hier noch Kotze. Und da noch Kotze. Oh ja. Und Suppe mit Kotze. Suppe mit Kotze, alles mit Kotze. Also, wenn ihr Bock habt, hier essen zu gehen und, äh, ne? Ja. Pinguin. Kotze. So, wir sind jetzt essen. Die beiden haben schon Essen. Du hast Tomate, Mozzarella. Genau. Äh, mit Schinken, Peperoni. Grazie. Und das ist meins. Bolognese. Und, oh, das werden wir jetzt essen. Ich habe heute mal auf Scheitel geschissen. Es gibt jetzt noch ein bisschen Dessert. Wir haben hier einmal Cheesecake. Und gleich kommt noch Panna Cotta. Und Panna Cotta. Geil. Ich liebe Panna Cotta. Panna Cotta. Geht es dann wieder los mit dir? Wir können mir da schon die ganze Zeit bringen. So, wir sind jetzt hier noch am Meer. Da sind die zwei. Oh, da bin ich. Ich sterbe immer. Oh, da leuchtet es voll. So, wir laufen hier gerade noch am Wasser lang. Da ist so ein krasses Schiff. Und da auch, da sitzen so die ganzen Besitzer drin und gucken so Fernsehen und so. Läuft bei denen. Das ist ein Riesenwohnzimmer. Ja. Ja, red das halt in meinem Video, ey. Guck mal, was steht da oben? Deine Mutter. Guck mal. Da. Könnt ihr das erkennen? Franziskelio oder so. Was heißt das? So, wir sind jetzt zurück im Hotel. Und wir gehen jetzt schlafen. Endlich. Kuppschie-Platzen. Und ich verlinke euch dann den Vlog von gestern. Und morgen machen wir so eine Tour über die Insel. Der nehme ich euch auch mit. Also dann, bis morgen. Tschüss. Tschüss.